Schnellen Schrittes verließen die Bayern-Spieler gestern das Stadion in Basel. Das 0 zu 1 hatte vielen die Sprache verschlagen. Die, die dann aber doch stehen blieben, wirkten ratlos. Du kannst noch so viele Spieler guter Klasse haben, wenn du in einer Situation bist wie wir, der absolut in Erwartungen hinterher bleibt oder zurückbleibt. Dann fällt selbst in guten Spielen richtig schwer und so ist es im Moment. Im Moment klappt es einfach nicht. Vorne die Chancen nicht genutzt und hinten inkonsequent. Das ist so gar nicht Bayern-typisch. Was eigentlich immer bei uns selbstverständlich war, dass es heute in den Spielern schwerer fällt. Das sieht man, obwohl, ich sage es nochmal, Einstellung, Engagement und ein läuferisches Element hat gestimmt. Nur in der Champions League, wenn man einen Fehler macht und das hat man auch bei dem 1 zu 0 gesehen, das wird dann auch gnadenlos bestraft. Insgesamt sieben der letzten neun Auswärtsspiele hat der FC Bayern verloren. Kein Grund für Philipp Lahm aber den Mut zu verlieren. Es geht weiter. Es steht am Wochenende schon wieder ein schwieriges Spiel für uns an, zu Hause gegen Schalke. Und dann hat man immer noch im Rückspiel alle Möglichkeiten, weil wir eben zu Hause sehr stark sind. Denn zu Hause hat man in der Liga erst zwei Spiele verloren und in der Champions League noch keines. Das stimmt auch Jupp Heynckes zuversichtlich. Ich habe sehr viel Erfahrung im Europapokal und bin schon sehr oft in solchen Situationen gewesen und weiß, dass es natürlich noch ein zweites Spiel gibt. Und hier der FC Bayern, meine Mannschaft und ich, wir sind selbstbewusst genug, um auch daran zu glauben, dass wir das im Rückspiel noch umbiegen können. Doch dafür müssen auf Ansagen und Durchhalteparolen auch endlich Taten folgen. Sonst ist es aus mit dem Traum vom Triple. Bundesliga aktuell vom Montag bis Freitag immer 18.30 Uhr auf Sport1.